So meine lieben Zockermäuse, jetzt gibt es was für die Halo-Fans, denn wir werden uns gleich Halo Wars 2 angucken, der große Echtzeitstrategiespaß rund um das Halo-Universum und wie das aussieht, das seht ihr jetzt. Ab Februar geht es für Halo-Fans endlich weiter, aber nicht mit einem typischen Halo-Titel, sondern Halo Wars 2 erscheint für die Xbox One und für Windows 10. Das Ganze ist ein Echtzeitstrategie-Epos, wie auch schon der erste Teil, es gibt insgesamt 13 actiongeladene Missionen für euch auf dem Halo-Schauplatz The Ark, die Story ist rund um Halo 5 angesiedelt und das Ganze ist natürlich auch perfekt für Multiplayer-Sessions, so könnt ihr mit bis zu sechs Spielern gleichzeitig auf dem Spielfeld umschlagen und ihr könnt auch eure eigene Halo-Armee kreieren, da könnt ihr dann Basislager bauen, Fahrzeuge und natürlich eure Truppen ins Unendliche ausmehren. Das Ganze erscheint wie gesagt am 21. Februar für die Xbox One und wir sind gespannt, was noch so an Infos reinkommen wird. 6. 10. 14. 15. 15. 16. Vielen Dank.